Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder. Euer Odin. Und ich will jetzt gleich so ein XXL-Haul machen, weil wir waren wieder beim Restepostenverkauf von Aldi. Das war jetzt wieder nach zwei Monaten. Im April war der letzte, genau. Nach drei Monaten war wieder so ein Ding und wir haben gedacht, naja, gehen wir dann doch mal langsam mal wieder hin und haben auch wieder Schnepperchen gemacht und haben auch Schränke gekauft und so. Das zeige ich euch gleich im nächsten Video. Aber heute kam auch ein Päckchen, also so ein kleines Ding. Ich weiß leider nicht, von wem es kam. Das war im Briefkasten drin und war für mich, also denke ich mal über meinen Amazon-Wunschzettel, obwohl da war das glaube ich gar nicht mit drin, haben wir gekriegt hier so ein Body. Body ist das. Und da steht drauf Stormpupa. Seht ihr das? Stormpupas. Pupa. Das ist auch korrigoserweise das, was Frauchen sich ausgesucht hatte, was wir dann aber nicht bestellt hatten, weil der Warenkorb schon ziemlich voll war. Aber wie gesagt, wir haben es nicht bestellt. Wir wissen nicht, von wem es ist. Also unbekannterweise erstmal ein Danke an den Fan, der mir das geschickt hat. Wir haben aber auch leider von Amazon keinen Zettel mit drin gehabt, das ist ein Geschenk von dem und dem oder der hat dir das geschenkt oder irgendeine Nachricht dazu hier für euer Kind oder was weiß ich. Deswegen kann ich euch auch nicht sagen, von wem das ist. Und deswegen ein Fangeschenk von unbekannt. Und da erstmal an unbekannten fettes Danke von mir und meiner Frau. Meine Frau hat sich auch megamäßig gefreut. Die liegt auch hier nebenan auf dem Sofa, die ist gerade K.O. vom Tag. Oder Schatzi? Sag mal, dass du die Uhr gefreut hast. Ja, sie nickt, die traut sich immer nichts zu sagen, weil sie sagt, das ist ja deine Videos. So, das sollte jetzt mal dazu gewesen sein. Wie gesagt, da erstmal ein richtig fettes Dankeschön. Leider kann ich deinen Namen oder männlich-weiblich Namen nicht sagen, von wem es kommt, weil Amazon hat da nichts reingemacht. Also das kam, aber stand nicht da, von wem. Da kann ich das dann leider nicht sagen. Aber richtig fettes Dankeschön. Hast uns ein megamäßig gefallener mit getan. Wir freuen uns darüber sehr. So, dann ist jetzt hier auch erstmal Schluss. Ich wollte mich da auf jeden Fall für bedanken. Und jetzt werde ich das nächste Video machen mit dem XXL-Einkauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Vergesst nicht, die Bimmelglocke anzuglücken. Und ich bin dann weg. Ahoi. Seid euer Odin. OITZ TEST OITZ TEST OITZ TEST OITZ TEST